ja hallo wir in einer neuen folge hier ist euer epi mit Mike wieder und und ich heute etwas wieder wurden als spieler will und wir sind wieder unterwegs mit einem Tomatenkin und dies ist wunderbar ist das leute und ja wir werden heute mal wieder rasieren wie es ihm scheint ist ich rasiere wieder und wir müssen jetzt warten bis die Runde anfängt und weil ihr letztendlich bestimmt habt welches Video als nächstes kommen soll und habt ihr bestimmt dass es nächstes ein lustiges Wortneid wieder kommen soll aber Leute hier seht ihr das Ergebnis ich habe es macht und jetzt seht ihr also als Szenes Wortneid wieder wird ist das jetzt jetzt 7 5 4 3 2 1 0 so wir werden jetzt mal äh äh weiß ich nicht was wollen wir hin wo wollen wir hin wir können wir glendale agenna werden Leute wie ihr wisst kam heute der Modus aber ich nicht verstehe warum wieder entfernt wurde Modus ich nicht verstehe ich einmal gesorgt habe und dann wurde ihr wieder entfernt ich nicht verstehe so jetzt müssen wir wieder ein paar Holzköpfe rasieren ich gehe immer in dieses Haus da dieser haus immer bis der lud ist immer bis der lud leute immer bis der lud dieses Haus da müsste denken bis der lud ist ist immer bis der lud da so bis der lud wir müssen hier rein bis der lud gucke gucke immer gucke immer gucke und da müsste man die waffe hier noch nur das ist nicht schön dass wir keine waffe hier haben oh da ist einer das ist nicht schön dass Waffe nicht schön ist die bessere Waffe brauchen so Leute ich werde jetzt mal auf die Wanderschaft gehen bis gleich oh was haben wir denn da in eine Sampel gefunden dieses ist sehr schön das neben mir mit natürlich da unten ist eine kleine Wodka die müssen wir trinken Leute müssen wir trinken kleine Wodka kleine Wodka die müssen wir trinken mit legen wirklich legen jetzt bis ich bis ich heute fahre so Leute wir gehen jetzt wieder auf Wanderschaft bis gleich so Leute wir sind da eine Warnitschka die trinken wir sofort so jetzt haben wir eine Warnitschka da wie jemand schluss aber wir nicht gute Waffen haben wenn wir nicht Waffen nehmen können warum nicht Waffen nehmen können wir müssen hier Gasstätte Gasstätte müssen wir esse esse machen Leute schaut ihr an dies ist Gasstätte Gasstätte vorne mir ich weiß den ich keine kaufte bei mir ein aber ist nicht normal die ist nicht normal jetzt hat sie Spiel aufgehängt wir müssen aufnehmen trotzdem weitermachen ich weiß nicht Spiel hat sich aufgehängt ist immer so keine Ahnung es hängt sich immer auf keine Ahnung jetzt ist kaum schlecht schlimm was ist das denn jetzt schon aber jetzt 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 geht's wieder jetzt ist wieder okay meine Liebe noch eine Jampetti das ist aber sehr schön Leute ich brauche eine Skali sonst kann ich nicht spielen ohne Skal kann ich nicht spielen eine Skali das ist sehr schön wenn man von Skali spießt das ist sehr schön und jetzt gehen wir wieder auf Wanderschaft Leute ich würde sagen das war's mit Video ich keine Lust mehr haben aufzunehmen ich nicht mehr warten muss ich jetzt vergattet ab ich kacke machen muss es tut mir leid ich nicht aufnehmen kann tut mir leid Leute es tut mir wirklich leid und nächstes mal kommt ein wirklich sehr gutes Wort nach Gameplay und den müsst ihr richtig einhauen in die Tasse Leute ich würde sagen haut rein ich bin raus meine liebe Leute hat euch dieses Video gefallen dann schreibt mal äh cooles Video oder irgendwas in die Kommentare und ich beende das Video mit einem Hashtag eh äh tot Hashtag tot schreibt mal in die Kommentare wenn ihr bis Ende schaut ab und ich würde sagen haut rein ich bin raus und so Ich hab Schamaa bin zu faul zum Bratieren muss restaurieren denn ich war Schamaa das ist kuschlich und flauschlich andere stört auch nicht ich hab Schamaa wenn das einfach natürlich kommt schon berühr mich denn mein Schamaa war immer schon da